So, wir sind hier auf der Yoga Expo in München und ich habe eine sehr interessante Interviewpartnerin, die Pia Struck und sie hat was ganz interessantes. Also mich hat es total begeistert und das möchte ich euch überhaupt nicht vorenthalten. Und ja, jetzt wird sie uns erst mal erzählen, was sie dann da hat, die Yantra-Matte. Was hat es damit auf sich? Ja, hallo Sabine erst mal. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist eine ganz intensive Akupressur-Matte. Die hat insgesamt 8800 Akupressur-Nägel. Du legst dich da drauf und es hat zwei Effekte für den Körper. Das eine ist eine Erhöhung der Gelassenheit und der Entspannung, also es führt dich in einen Meditationszustand letzten Endes. Und der zweite Effekt ist, dass es dadurch, dass es eben alle Akupressur-Punkte am Rücken stimuliert, beugt es eben typischen Rückenverspannungen vor und auch typischen Kopfschmerzen, die aus diesen Rückenverspannungen resultieren. Wie ist es denn generell nur für Rückenschmerzen? Weil viele Menschen betrifft es die Rückenschmerzen und es ist auf jeden Fall eine gute Matte, um das vorzubeugen und sitzen viel den ganzen Tag im Büro. Kann man das auch für andere Regionen anwenden? Ja, also es gibt ja auch Spannungskopfschmerzen eben hier in dem Bereich oder auch hier im Lendenwirbelsäulenbereich eben Verspannungen. Also im Prinzip kannst du es überall anwenden, wo du auch zum Beispiel Akupunktur verwenden würdest. Also meine kleine Tochter beispielsweise, die ist sechs, die stellt sich drauf, weil es ihr eben gefällt, dass eben die Fußreflexzonen dadurch stimuliert werden. Was machen sensible Menschen? Wie lange halten die das aus oder gibt es einen bestimmten Zeitlimit? Also empfehlen tun wir 15 Minuten ungefähr am Tag, aber eigentlich gibt es kein Zeitlimit. Also es ist nicht schädlich. Insofern ist es eigentlich jedem Einzelnen überlassen. Es gibt sensible Menschen, da legen die teilweise ein Tuch, ein dünnes Bettlaken oder so etwas zwischen sich und die Matte, sodass sie immer noch eine intensive Stimulation haben, aber eben etwas abgemildert. Aber ich sage mal 90 oder 98, ja ich kann es nicht genau beziffern, aber zwischen 90 und 98 Prozent der Menschen haben kein Problem. Also wir hören eigentlich nichts von solchen sensiblen Menschen. Also es scheint für alle eigentlich zu funktionieren. Was macht die Matte noch mit einem? Ist es denn generell nur für, ist es auch, ja hat es auch andere Auswirkungen aufs Bewusstsein? Ja, also die Meditation, das wissen wir ja heute, hat eben eine sehr, sehr positive Auswirkung auch auf die Psyche. Und das ist eben auch das, was die Matte fördert. Also es ist schon eine gesamtphysiologische Wirkung, die du damit erreichst für dich. Also für die Psyche und den Körper, ganzheitlich. Was hast du persönlich für Erfahrungen damit gemacht? Oder seit wann nimmst du die auch? Also ich habe sie vor fünf Monaten in Schweden entdeckt und war da eigentlich ganz von den Socken, weil in Schweden gibt es die im Prinzip in jedem Geschäft. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist vielleicht eine Matte, die eben für Menschen ist, die affin sind gegenüber Entspannungstechniken. Das ist aber überhaupt nicht so. In Schweden ist es wirklich ein Volksprodukt. Zehn Prozent aller Menschen haben eine solche Matte. Dort wird überall berichtet darüber und das liegt nur daran, weil fast 97 Prozent sagen, dass sie prima wirkt. Daran liegt das. Und das sind auch meine Erfahrungen. Also ich selber nutze sie sehr, sehr gerne nach einem anstrengenden Tag, wenn ich wirklich loslassen will und einfach einen ruhigen Abend haben will und nicht noch grübeln will und sozusagen den Rücken spüren, den ganzen Tag am PC gesessen. Also für mich ist es sehr schön so mein Übergang in den Abend. Das Geniale an der Matte ist auch, dass es einfach ist. Man braucht nichts weiter zu tun. Einfach, wie du sagst, loslassen. Das ist aber auch schon eine Kunst. Ja, also ich finde das auch. Ich meine, Entspannung und was für sich tun, hat unheimlich oft was mit aus dem Haus gehen, mit Schwitzen, mit Anstrengung, mit Zeiteinsatz zu tun. Und das ist auch das, was mir die Matte so unheimlich sympathisch gemacht hat, dass ich was nachweislich etwas für mich tue. Ich es aber zu Hause machen kann. Ich dabei nicht ins Schwitzen komme. Ich mich einfach nur 15 Minuten drauflege und es mir dabei einfach unheimlich gut geht. Wo kommt das eigentlich, diese alte Tradition oder wo kommt das her? Gab es das früher schon mal? An was ist das angelegt? Im Prinzip ist es eine moderne Form von Fakir-Matte. Die Fakir haben ja vor 2000 Jahren auf diesen sogenannten Nagelbrettern gelegen und ich habe mich immer gefragt, was das soll. Aber jetzt weiß ich, was es soll. Es soll nämlich genau diese Gelassenheit, das Bewusstsein eben fördern und eben auch diese Akupressureffekte haben. Aus was für Material besteht die Matte? Und ist die pflegeleicht? Kann man die dann auch waschen? Du kannst sie waschen, ja. Der Bezug besteht aus Baumwolle und die Plastikspitzen, die zeige ich gerade mal. Ja, diese hier. Das ist ABS-Kunststoff und der wird zum Beispiel auch bei Legosteinen verwendet. Das heißt, wir haben also alle möglichen Unbedenklichkeitssiegel, weil uns das natürlich unheimlich wichtig ist, dass die wirklich nur einen positiven Effekt hat, die Matte. Okay. Also dass man wirklich, ja, das was man möchte, Entspannung. Du hast auch angedeutet vor dem Gespräch, dass es sogar auch Energie geben kann. Dass es unterschiedlich wirkt bei Menschen? Ja. Ja, der Körper reagiert unterschiedlich. Also ungefähr 90% der Menschen werden gelassen und entspannt dadurch. Aber 10% kriegen einen richtigen Energieschub. Also insofern kann ich dir nicht sagen, Sabine, wie sie bei dir wirken wird. Du musst es ausprobieren. Ja, alles ist so individuell, wie Menschen sind und das hat auch seinen Grund dann, wenn es dann so sein soll. Okay, aber das wandelt sich dann nicht nochmal. Das ist dann so für den Menschen und dann ist es dann auch richtig so. Ja, genau. Ja, das ist dann der Effekt, den es auf dich hat. Es ist so, dass du am Anfang nur 10 Minuten auf diese Matte dich legst, am Tag ungefähr, weil die Stimulierung ist schon sehr intensiv. Und am fünften, sechsten Tag ungefähr kannst du dann zu einer Viertelstunde 20 Minuten übergehen und hast dann auch erst den Effekt, den es wirklich bei dir auch hat. Ja, also am Anfang ist es teilweise diffus. Vielleicht kriegst du am ersten Tag einen Energieschub, am zweiten Tag wirst du müde, schläfst vielleicht sogar einen. Aber am fünften, sechsten Tag hat sich dein Körper einfach an diese Art von Stimulation gewöhnt und dann merkst du, was es wirklich mit dir macht. Ich kann auch dazu noch sagen, dass wir mittlerweile Ärzte und Physiotherapeuten haben, die die Matte empfehlen. Und das ist wirklich schwer zu bekommen in Deutschland. Also das ist, ja, das geht nur, wenn das Produkt wirklich gut ist. Okay. Wir sind ja hier auf der Yoga Expo. Was hat die Yantra-Matte mit Yoga zu tun? Die Fakire waren auch Yogis. Das heißt, die Fakir-Tradition ist eine alte yogische Tradition. Insofern, wir haben einen Yoga-Guru, der die Yantra-Matte sehr befürwortet. Kundalini-Yoga-Guru Dharam Singh heißt er, Buchautor auch. Und er sagt, für ihn ist es ein Hilfsmittel zur tiefen Meditation. Und tiefe Meditation ist für ihn ein Bestandteil der yogischen Kultur. Insofern gibt es eine Verknüpfung, aber es ist keine Yoga-Trainings-Matte. Ja, weil auch das hatte ich schon, dass Leute mich fragten, ob ich darauf die Übungen mache. Aber nein, ich entspanne darauf und akupressiere mich. Das, was jeder eigentlich tun sollte, entspannen und loslassen. So, jetzt wollen wir aber wissen, wo kriegen wir denn diese tolle Yantra-Matte her? Die könnt ihr sehr, sehr gerne bei uns im Internet kaufen. Unsere Adresse ist www.yantra-matte.de. Ihr könnt sie aber auch gerne telefonisch bestellen. Die Nummer ist 06134 28 28 28. Und bezahlen könnt ihr mit EC-Karte. Ihr könnt per Nachname euch die Matte schicken lassen. Ihr könnt es per Bankeinzug machen. Also, da sind wir ganz flexibel und gehen auf eure Bedürfnisse und Wünsche ein. Man hat hier zwei verschiedene Größen und zwei verschiedene Farben. Vielleicht magst du dazu noch was sagen? Ja, na klar. Also, es gibt die Farbe Grün und es gibt die Farbe Purpur und es gibt die Größe L und M. Die Größe M ist ungefähr bis zu einer Körpergröße von 1,85 Meter die richtige Variante. Darüber hinaus, oder wenn du sehr, sehr breite Schultern hast oder ein sehr kräftiger Mensch bist, dann wäre auch L die richtige Variante. Aber bei den Farben ist es so, dass du einfach nach deinem Geschmack entscheidest. Vielen, vielen Dank, Pia. Und ich wünsche euch ganz viele Menschen, die diese, ja, zu euch finden, diese Matte finden. Ich nehme auf jeden Fall jetzt eine im Pack mit. Ich freue mich sehr darauf und werde dann berichten. Danke, Sabine, für das tolle Interview. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, Pia. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.